Hi, ich bin Erika, 72 Jahre alt und habe vor knapp dreieinhalb Jahren angefangen, hier Sport zu machen. Und zwar, ich kam vor Kniegelenkschmerzen nicht mehr die Treppe hoch. Ich musste was tun und in der Zeit habe ich so enorm meine Oberschenkel stabilisiert, ich habe kaum noch Probleme. Der Arzt, der Kardiologe hat zu mir gesagt, ich brauche nicht wiederkommen, weil meine Werte so super sind, ich bin so was von fit und wenn ich mal keine Lust habe, dann denke ich immer, tut doch gut, reiß dich zusammen und geh hin. Ich kann es nur empfehlen und es hat mit dem Alter überhaupt nichts zu tun, im Gegenteil, je älter, wir werden, umso wichtiger ist das. Untertitelung des ZDF, 2020